Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von rrgoalie1. Diesmal bin ich hier mit meinem 500 Abonnenten Special. Ja genau, ihr habt richtig gehört, ich habe jetzt 500 Abonnenten und ich muss mich wirklich bei euch bedanken. Ich bin sehr glücklich darüber, vielen Dank dafür. Des Weiteren sind auch meine Upload-Aufrufe in letzter Zeit sehr gestiegen. Fast 25.000 Aufrufe in weniger als zwei Wochen. Doch zwei Wochen waren es. Vielen Dank auch dafür. Dann haben wir jetzt mit den 500 Abonnenten, habe ich natürlich ein bisschen überlegt, was kannst du machen, irgendein Abonnentenspecial. Ach Gott, da gibt es ja eigentlich viel, aber ich bin nicht so einfallsreich, das tut mir dann irgendwie auch leid. Und ich habe halt nicht so die Idee, was ich jetzt hätte machen können. Deswegen habe ich mir überlegt, ihr stellt mir eure Fragen, was euch irgendwie interessiert in irgendeiner Weise, stellt mir die unter diesem Video oder per PN. Und ich werde diese dann in einem Antwortvideo beantworten. Und dann habe ich mir noch zusätzlich überlegt, dass jeder von euch genau einen Wunsch, was er denn in Hinsicht auf Let's Plays eben sich wünschen würde. Und vielleicht kommt ja dann etwas dabei raus, was ich zusätzlich planen werde. Genau das war es auch schon an dieser Stelle. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich für 500 Abonnenten. Es ist wirklich eine große Zahl schon. Es sind immerhin ein halbes Tausend. Und ich hoffe, es geht so weiter. Vielen Dank also, dass ihr meine Videos schaut. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Euer Alex. Und bis zum nächsten Mal.